In einem zweiwöchigen Seminar erleben die Teilnehmer die komplette Bierbereitung. Von der Auswahl der Rohstoffe bis hin zum fertig abgefüllten Produkt und dessen Beurteilung. Die Lehreinheiten umfassen dabei alle Prozessschritte. Von der Malzherstellung über die Sudhaus-, Hefe- und Biertechnologie bis hin zur Qualitätssicherung im Labor. Das theoretische erlernte Wissen wird in der Praxis an den Sudanlagen der Forschungsbrauerei Weinstephan vertieft. Informationen zu Schanksystemen, Biervielfalt oder Sensorik runden das Portfolio ab. Vervollständigt wird der Brauerkursus durch Exkursionen in das weltweit bekannte Hopfenanbaugebiet Hallertau oder zu regionalen Brauereien. Untertitelung des ZDF für funk, 2017